Der nächste große Schritt für Leni Klum steht an. Das Nachwuchsmodel zieht alleine nach New York und wird dort aufs College gehen. Ihre Mutter, Model Heidi Klum, ist sehr stolz auf ihren Nachwuchs, wie sie im Interview mit BT Online verrät. Ihr müsst wissen, sie ist ein vernünftiger Mensch. Jetzt ist das College ihre Priorität. Der neue Wohnsitz scheint dem Nachwuchsmodel aber nicht ganz fremd zu sein. Sie kennt die Stadt gut, weil ich meine Familie immer mit nach New York genommen habe, als wir noch dort gedreht haben, sagt die Germany's Next Time Model Chefin. Bislang hat die 18-Jährige noch mit ihrer Familie in Los Angeles zusammen gewohnt, doch jetzt muss sie die neue Stadt alleine meistern. Ich denke, sie wird eine gute Zeit haben, aber mein Herz wird traurig sein, gibt Heidi zu. Leni Klum ist die Tochter von Heidi Klum und dem ehemaligen Sportmanager Flavio Briatore. 2009 hat Heidi späterer Ehemann Silzi adoptiert.